Hallo an alle Disneyfans und willkommen zu meinem ersten YouTube Video. Mein Name ist Simone und ich bin ein riesengroßer Disneyfan und wollte euch jetzt mal zeigen, wie sich das in meinem Leben auswirkt. Ja, das erste Thema Disney Primarkt Hall. Ich war am Donnerstag im Kölner Primarkt und wollte ganz viele Sachen kaufen, die ich schon vorher auf Instagram gesehen hatte. Leider gab es nicht alles, aber ich bin trotzdem finnig geworden und habe vier große Tüten, also ich habe nochmal so zwei Tüten, bei Primarkt gekauft. So, dann fangen wir mal an. Das erste, was ich gekauft habe, ist dieser tolle rote Pullover mit Mickey Mouse drauf. Perfekt für meinen nächsten Trip ins Disneyland, Ende September. Der hat 14 Euro gekostet, ist total weich und ja, Primarkt hat übrigens im Moment ganz viele Sachen zu Mickys 90. Geburtstag, der jetzt auch bald anfängt und ja, das ist das erste Teil. Dann habe ich mir eine kleine Shorts gekauft, mit Minimaus drauf. Ich finde die total süß, jetzt im Sommer oder am Strand kann man die ganz gut tragen. Die hat 8 Euro gekostet. Ich bin wahnsinnig geworden im Primarkt. Also ich konnte, ich hatte irgendwie zwei Körbe voll und ich konnte nicht aufhören. Ja, ihr werdet es noch sehen. Ja, machen wir weiter mit diesem tollen Top. Ich finde, die kann man auch ganz gut unter dieses Latzkleid tragen. Und das hat nur 4 Euro gekostet. Ich liebe Primarkt Pyjamas, vor allem die von Disney. Und da musste ich mir wieder zwei mitnehmen. Ja, einmal mit Bambi. Ich packe es mal aus. Das hat so zwei Teile. Das ist eine lange Hose. Genau, ist überall Bambi drauf. Und einmal ein T-Shirt mit Bambi drauf. Ja, irgendwie mag ich die Primarkt Pyjamas. Die kann man dann 10 Mal waschen auch darüber wegschmeißen. Der war übrigens 13 Euro. Genauso wie der nächste Pyjama. Der ist mit Ariel. Sehr ähnlich. Hat nur so kleines Muschelmuster auf der Hose. Ist auch eine lange Hose. Genau. Und ja, hat Ariel vorne drauf. Wie gesagt, hat auch 13 Euro gekostet. Ich bin eigentlich kein Badeanzug-Fan. Aber ich muss sagen, unter ne Shorts. Also einfach so. Und dann unter ne weiße Shorts. Ja. Muss ich mal anprobieren, wie er sich aussieht. Aber für reduzierte von 10 auf 5 Euro. Dachte ich, nehme ich es mal mit. Mal gucken, wie ich daran aussehen werde. Ja. Was ich noch gekauft habe, ist, ich mache es irgendwie alles durcheinander. Weil, ja, in den Taschen sind ja auch nicht sortiert. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Genau. Dann habe ich mir diese tolle Umhängetasche gekauft. Ähm. Die habe ich schon auf Instagram gesehen. Ähm. Ja. Ich würde sagen, es ist nicht so kitschig. Man kann sie noch tragen. Und die hat 10 Euro gekostet. Und hat so eine halbe Mickey drauf. Ja. Ich finde, sie sieht auch relativ hochwertig aus, würde ich sagen. Sie sieht nicht so billig Primark-mäßig aus. Ähm. Ja. Und hat hier noch so zwei kleine goldene Mickey dran. Also. Liebe zum Detail. Dann habe ich mir ein, äh. Ich habe irgendwie so viele Kosmetikbeutel. Ich habe gar nicht so viel Schminke, wie ich da rein tun könnte. Naja. Aber ich fand sie auch so toll. Es sind eigentlich zwei Taschen. Zwei in eins. Ähm. Ja. Haben auch wieder diese goldenen Mickey drauf. Und ja. Ich fand sie einfach zuckersüß. Ich bin einfach so ein Minnie Mouse Fan. Oder Mickey Mouse. So. Die war 8 Euro. Flip Flops. Kann man auch irgendwie nie genug haben. Ähm. Mit Minnie Mouse drauf. Die sind auch super leicht. Es gibt auch Flip Flops. Die habe ich von Havanas in Minnie Mouse. Die sind super schwer. Deswegen finde ich die viel praktischer. Und ja. Für den Preis für 3 Euro. Ja. Kann man, musste ich sie mitnehmen. Dann habe ich mir die gleiche nochmal mit Ariel gekauft. Ähm. Auch für 3 Euro. Ich glaube aber die, äh, Ariel wird sehr schnell ab, abfallen. Abfallen. Naja. Und äh. Und äh. Steht My Shell Phone drauf. Ja. So viel dazu. Dann habe ich mir hier so eine kleine Geldbörse gekauft. Ähm. Passend zu der Tasche. Ich habe auch noch den Rucksack. Den seht ihr gleich auch noch. Ähm. Genau. Die hat 6 Euro gekostet. Da passt, ähm, ja. Ein bisschen Geld rein. Ähm. Perfekt fürs Disneyland. Wenn, ähm, man nicht das große Portman mitnehmen will. Hier drin ist auch noch so ein Kartenholder. Irgendwie geht das jetzt nicht gerade, geht das gerade nicht auf. Aber hier drin ist noch so ein Kartenholder. Ja. Also total praktisch und süß. Nächste Tasche. Ähm. Kommen wir jetzt zu dem besagten, ähm, Rucksack. Der hier. Den habe ich auch schon vorher gesehen auf Instagram. Und ja. Es sieht wirklich hochwertig aus. Also man würde meinen, das ist irgendwie so ein Designer-Rucksack. Ähm. Sieht nicht so billig aus. Und ich finde, der ist stilvoll. Also auch nicht so kitschig. Man kann ihn wirklich im Alltag tragen. Wenn man Rot mag und wenn man Disney mag. Und ich mag beides. Also werde ich ihn auch im Alltag tragen. Hat wieder diese goldenen, äh, Mickey-Mäuse als, ähm, Reißverschluss. Und ja. Der hat 14 Euro gekostet. Dann fand ich total toll eine Decke mit ganz vielen Mini-Mäusen und Mickey-Mäusen drauf. Ich packe die mal aus. Sie hat 8 Euro gekostet. Äh. Die wird hier über meinen Stuhl kommen. Ähm. Ja. So sieht sie aus. Tadaaa. Ja. Total flauschig. Und ähm. Ich finde die passt perfekt in mein Disney-Ankleidezimmer. Ja. Das ist übrigens mein Ankleidezimmer. Und das ist der einzige Raum, wo ich mich wirklich ausleben darf mit Disney. Weil mein Freund da nicht so ganz so ein Fan von ist. Ähm. Ich muss ihn ja nicht mehr überreden. Ich zeig euch gleich auch noch so einen Spiegel. Da muss ich ihn mal fragen, ob ich ihn in den Flur hängen darf. Aber ähm. Ja. Ich versuche immer so ein peu a peu ein bisschen mich auszubreiten. Aber das meiste ist in meinem Ankleidezimmer. Wie ihr schon vielleicht im Hintergrund sehen könnt. Ja. Auf jeden Fall. Diese Decke kommt auf meinen Stuhl. So. Was haben wir noch? Ja. Da ich viel reise und ähm. Auch mit dem Flugzeug dachte ich mir, daran kann ich nicht vorbeigehen. Eine Mini-Maus-Nacken. Ein Mini-Maus-Nackenkissen. Ja. Total knuffig. Fehlt mir jetzt nur noch die Augenmaske. Aber die gab's leider nicht. Ich hab auch danach gefragt. Aber irgendwie. Naja. Acht Euro. Total toll. Nee. Dann habe ich in einem anderen Youtube-Video gesehen, dass jemand im Hintergrund große Mini-Maus- und Mickey-Maus-Lichter hatte. So LED-Lichter. Die gab's leider nicht. Ja. Die haben äh... Deswegen habe ich sie mir in Kleinen gekauft. Die haben 4,50 Euro gekostet jeweils. Und ich werde sie mir da hinten irgendwo hinstellen. Und ja. Ich fand es total süß. Leider gab's, wie gesagt, sie nicht mehr in groß. Ähm. Aber ich hätte sie gerne in groß gehabt. Naja. Tüte Nummer 3. Wieder eine Kosmetiktasche. Ähm. Aber da sind 3 verschiedene drin. Ähm. Die hat um 14 gekostet. Wie ich das jetzt auf? Ja. Also wie gesagt, 3 Stück. Einmal hier diese kleine. Wieder so eine Art Geldbeutel. Passend zum Rucksack und zur Handtasche. Dann... Hier so ein kleines mit O-Boy. Und ähm... Ja. Einem Schuh von Mickey. Und äh... der Hose. Und dann hier noch diese ganz große für so Duschgele und ähm... Ja. Allmöglichen Kram. Auch mit Mickey drauf. Und Gold. Ja. Ich denke für 14 Euro 3 Teile. Kann man nicht sagen. Ja. Socken kann man auch nicht genug haben. Meine Gardine. Ähm. Ja. Socken. Einmal. 3 Stück. Mickey Maus. Nochmal Mickey und Pluto. Und wer ist der hier drauf? Hier ist Daisy drauf. Drei Paar für 3,50 Euro. Ja. Kann man auch nicht genug haben. Dann so eine Art Hausschuhe. Rutschsocken. Socken. Ähm. Wärmende Socken. Ja. Auch 3,50 Euro mit Minnie Maus drauf. Und... Nochmal Socken. Nur mit Mickey Maus in drei verschiedenen Farben. Auch für 3,50 Euro. Achso. Und die sind übrigens für Mickeys 90. Geburtstag. Ja. Ich fand die total süß. Hätten wir einem eigentlich noch ein paar kaufen können. Naja. Ich bin eh schon... Ich hab eh schon so viel gekauft. Naja. Dann hab ich mir hier diesen Bilder-Notizenhalter gekauft. Für... Acht... Ne... 9 Euro. Ähm. Den muss ich mal irgendwo in der Wohnung anbringen. Weil der ist nicht ganz so auffällig mit Mickey und Minnie. Da muss ich meinen Freunden darüber reden. Äh. Ich denk mal in die Küche oder so. Für... Ähm. Ja. Verbildert. Fand ich auch total süß. Und raffiniert. Und ja. Mein Zimmer wird langsam voll der Boden. Ich muss gleich alles aufbauen. Dann der besagte Spiegel. Total süß. Ich fand den so mega. Ich musste den mit Neo. Mal gucken ob ich ihn in den Flur aufhängen darf. Nicht mein Freund noch folgen. Äh. Der hat 8 Euro gekostet. Ansonsten... Ähm. Ihr seht nicht mein komplettes Zimmer. Aber hier ist alles mit Schränken. Das heißt eigentlich nur die Wand hinter mir. Kann man irgendwas aufhängen. Ähm. Aber da ist alles voll. Also ich hoffe ich darf ihn in den Flur aufhängen. Ich muss noch überreden. Mein Freund. Naja. Dann habe ich noch... Ich weiß noch nicht ob ich sie anziehen werde. Aber ich denke ich mache ja Ende September den... den Halbmarathon oder den 36 Kilometer Challenge im Disneyland. Also das Run Weekend. Mache ich mit Ende September. Und da habe ich auch drei Kostüme für. Und ich denke ich werde... auch diese... Also ich werde nicht als Dornröschen gehen. Aber ich denke mal ich werde diese Wimpern anziehen dazu. Zu einem der Kostüme. Und ja. Wie ihr seht haben die drei Euro gekostet. Mal sehen wie ich damit aussehe. Ich habe irgendwie noch nie künstliche Wimpern drauf gehabt. Wird komisch sein. Aber ja. Soviel dazu. Dann habe ich mir hier diese Bürste gekauft. Ähm. Ich kann mich schön die Haare bürsten. Ne. Ja. Es musste jetzt sein. Als Mini Maus Fan. Ähm. Ich werde sie auch benutzen und mitnehmen. Also ja. Die hat drei Euro gekostet. Also alles im Rahmen. So. Kommen wir zur letzten Tüte. Ich bin auch so ein Hausschuh Fan. Leider gab es nur welche mit Klopfer. Ähm. Ja. Aber ich liebe Hausschuhe. Ich trage im Sommer und im Winter Hausschuhe. Ist egal. Irgendwie kann ich nicht ohne Hausschuhe zuhause rumlaufen. Ähm. Deswegen kann man auch nie genug Hausschuhe haben. Weil die gehen irgendwie so ganz schnell kaputt hier. Und dann muss ich sie leider wegschmeißen. Und ich schmeiße auch oft in die Waschmaschine. Naja. Die haben. Sechs. Neun. Sechs. Sechs Euro gekostet. Ja. Aber. Kann man auch nie genug haben. Dann nochmal Rutschsocken. mit 101 Steinmartina Muster. Ähm. Auch 3,50 Euro. Wie die anderen Socken auch. Ähm. Dann. Die habe ich auch auf Instagram gesehen. Ich werde sie glaube ich nur im Disneyland tragen. Privat zu Hause oder hier in der Freizeit ist mir das glaube ich ein bisschen too much. Also. So würde ich noch rausgehen. Aber mit diesen Schuhen dazu. Glaube ich wäre es übertrieben. Aber. So mit den Schuhen würde ich auf jeden Fall im Disneyland rumlaufen. Mit Mini Mausohren. Ähm. Denk mal. Da wäre ich perfekt angezogen. Ja. Die habe ich auf Instagram gesehen. Und. Ähm. Zum Glück gab es die noch. Und. Ja. Musste ich sie haben. Die haben 11 Euro gekostet. Und. Ja. Die sind auch schon. Äh. Ja. Die sind auch schon durch. Also. Ich habe mir noch ein Kleid gekauft. Oder so eine Bluse. Ist ja zwar nicht direkt von. Ähm. Von Disney. Aber. Mit Punkten. So eine Bluse mit. Mit so einem Stehkragen. Ist nicht zugeknopft. Ähm. Ja. Aber. Kann man auch zum Disney Motto anziehen. Weil. Punkte. Mini Maus. Passt zusammen. Die hat übrigens 13 Euro gekostet. Ja. Das war's. Das waren meine vier Primark Tüten. Was ich alles bei Primark gekauft habe. Ähm. Wenn ihr noch mehr Infos. Haben wollt. Oder wenn ihr Fragen habt. Gerne unten in die Kommentare schreiben. Ansonsten könnt ihr mir auch gerne auf Instagram folgen. Ähm. Ich werde euch meinen Instagram Namen unten reinschreiben. Ähm. Da poste ich immer wieder Disney Outfits. Und ähm. Ja. Und ich hoffe euch hat mein erstes Video gefallen. Es war ein bisschen holprig. Muss ich sagen. Verzeiht es mir bitte. Aber wie gesagt. Ich bin Anfänger. Es war mein erstes YouTube Video. Und. Ja. Ich hoffe es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ihr weiter. Ähm. Auf meiner Reise durch Disney. Ähm. Mal ins Disneyland fahren. Und euch auch dann über die fünf Tage mitnehmen. Verschiedene Videos machen. Und wenn ihr daran interessiert seid. Die auch zu sehen. Dann abonniert meinen Kanal. Äh. Gebt mir einen Daumen hoch. Wenn euch das Video einigermaßen gefallen hat. Und wenn ihr Tipps und Tricks habt. Zu Videos. Oder. Ähm. Z.B. Ein Juli Disney Haul. Also ich habe im Juli irgendwie so viel gekauft. Von Disney. Von verschiedenen Marken. Ähm. Ja. Z.B. auch dieses Latzkleid. Ähm. Ja. Wenn ihr dazu noch ein Video haben wollt. Ähm. Ja. Schreibt es einfach unten in die Kommentare. Wie gesagt. Und ich wiederhole mich gerade. Und. Ja. Ansonsten. Vielen Dank fürs Einschalten. Und bis zum nächsten Mal.